Servus, Ligeln! Heute spiele ich Warthunder. Ein ganz neues Spiel, das ich noch nicht vorgestellt habe. Ich habe schon vor drei Tagen runtergeladen. Ähm, dann habe ich noch, ja, Panzer gekauft. Seht ihr? 15 cm. Der ist wirklich stark. Ich habe den mal ausprobiert, was ich hier, glaube ich, äh, Testfahrt. Passt alles. Weil der, er braucht, boah, so einen will ich. Ne, so, beide. Und das Spiel ist halt so, dass man sich von so alten Panzern, 1940, Zweiten Weltkrieg, bis zu 2023 hocharbeiten muss. Schau, jetzt zum Beispiel hier, der, wenn ich Leertaste drücke, dann würde, äh, normal, würde dann, na, wie heißt das? Maschinengewehr. Aber hier, der hat Kanz, warte, ich zeig's euch mal. Hier, der hat Kanz, der hat nur 15 Millimeter. Mal gucken. Easy! Easy! Also, das ist ein ordentliches Spiel. Da hinten steht zum Beispiel ein Panzer. Und mit dem Panzer werden wir gleich im Kampf gehen. Schau, mal gucken. Wenn's rot leuchtet, ja, wenn's grün so leuchtet, dann, also, der, das, los, oder, ja, das, dann ist es da leicht zu durchdringen. Und wenn's rot ist, ist jetzt bei dem Panzer egal, weil der trifft eh alles. Ja. Ist halt... Ja. Jetzt ist er kaputt. Sie wird zerstört. Wenn ich jetzt hier so... Oh. Hm? Auch? Hat da wer geschossen? Hör, der... Okay, da kann ich sowas neu. Aber, um, in diesem Spiel geht es halt so grundsächlich um Krieg, zweiten Weltkrieg auch. Aber, ja. Äh... Okay. Okay, gut. Wir wollen ja jetzt kämpfen mit Online-Spielern. Wie ihr es vielleicht schon bei meinen Videos gemerkt habt, ich fang jetzt nicht mehr mit herzlich willkommen zu einem neuen Video an, sondern servus leideln. Aber, ja. Der Panzer ist halt blöd, weil er ist so schwer. Der fahrt ganz, ganz langsam. Und der hat auch fast keine Panzer rum. Hier ist drei... Weiß nicht wie viel... Ja. 49 kmh. Es ist aber... So schnell ist er wirklich nicht. Aber... Ja. Und das... Ich hab jetzt Deutschland... Über... Das... Das näherste Land ist, was bei mir ist. Hm... Hier, das sind die Leopard. Ich kann jetzt... Auf Forschung gehen. Habe ich hier schon paar Panzer erforscht. Kann ich jetzt... Nur die... Kann ich halt nicht Testfahrt. Kann ich zum Beispiel jetzt den Testfahrt. Das machen wir jetzt auch. Denn ich will mal mit so einem neuen Panzer... fahren. Aber... Ja. Boah. Wie schnell dreht sich der. Und schaut, dass... Oben ist das Maschinengewehr. Der dreht sich zu schnell. Warum sind die Panzer heute so gut? kann ich... Daun wieder legt. Bisschen. Wo ist he going? Easy Leute, easy! Vielleicht werde ich mir vielleicht morgen, wenn ich nochmal so... Nee. Zwei Tage werde ich wieder ein Video machen, Leute. Aber diesmal... Kaufe ich mir für echtes Geld was. Echtes. Vielleicht so... Ja, was... Gibt's denn nicht so noch? Okay, das ist, wenn ich jetzt 5 drücke. Ich bin blind. Ah... Lass mal zu gucken. Hat sich der gerade bewegt? Äh... Leute, jetzt hebt mein PC gleich ab. Glaub ich. Also... Er ist nicht so, dass er von China kommt, aber er kommt von Deutschland. Kennt ihr den Feldhäcksler-Fans Katana? Ich habe auch einen Katana, aber keinen Fan. Ich habe einen Computer als Katana. Ja. Okay, Leute. Der King ist weg. Jetzt? Wirklich kämpfen. Ja. Ja. Und mein Computer. Ich lege kurz was so unter dem Computer. Äh... Mein Landwirtschaftsheft. Äh... Buch. So. Boah, der ist heiß. Ähm... Aber Leute, der, der ist auch... Äh... 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 Wie viel würde jetzt... solche Chromik kosten? 1.000? Ja. Äh... Ja. Boah, der... Der ist teurer. 6.000 kostet wie viel? Muss man 10.000 nehmen. Vielleicht sogar. Ähm... Okay. Wir nehmen jetzt erstmal Schlacht. Ich mag... Also ich mag eigentlich Warthander, weil man Flugzeug, Panzer, Schiffe große, also Kriegsschiffe, dann so Küssenflotte und ja, das war's auch schon. Und weil die grafisch auch gut ist. Ich weiß nicht, ob ich es schon hochgedreht habe, aber ja, mein Computer glüht sich eh schon. So. Mhm. Äh. Was ist das für ein Flugzeug? Sieht das komisch aus oder sieht das komisch aus? Boah, so sieht er von vorne aus. Aber naja. Wie lang? Habe ich gestern Video gemacht? Ja. Okay. Äh, ich... Nein, nicht mit dem! Boah, Junge. Hä, in der Runde kann man Flugzeug fliegen? Wusste ich gar nicht. Das war ich gerade. Boah, komm! Hoch, Rudi! Ich will Snipern. Ich will nicht so mittendrin. Ich bin nicht gut geschützt. Wir können mit dem Maschinengewehr einfach in meine Leute reinballern. Nö? Spitze. Das ist so ein fettes Fahrzeug. Ich will Snipern. Also, er wiegt 16 Tonnen, glaube ich. Aber so viel auch nicht, dachte ich. Ich will Snipern. Ähm... Was ist, wenn ich auf ein Auto schieße? Ist es kaputt? Oh, ich habe nur noch sieben Schuss. Nee, ich habe noch mal neun dann. Alles kaputt machen. Kaputt machen ist lustig. Macht auch Spaß. Ich weiß, ich singe hässlich. Hässlich singe ich. Ist mir schon selber aufgefallen. Aber... Vor am Sam... Ja, Samstag ist mein... Also nicht mein Hund, aber von meiner Oma ist der Hund... ...gestorben. Wir mussten ihn einschläfern. Weil... Er ist einfach nicht mehr geschockt. Ja, er war zu schwach. Jetzt ist er halt im Himmel. Er ist von uns gegangen. Du, 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 du... Kann wer mal einbauen, dass man die Bäume wegfahren kann? Also umkippen. Ich will nicht, dass die mich immer hier stören. Der ist hier mein! Andere Flieger ist gleich mit. Boah, Schnee. Ich will auch Schnee haben. Aber es ist schon bald. Er kommt. Wollt ihr mich jetzt ärgern, oder wie? Ich bin doch noch so jung. Lass mich doch. Ich bin Henry. Ich bin besonders. Besonderer als du. L. Gemein. Was höre ich jetzt? Bittesch... Ja! Er ist abgestürzt. Juck, ich hab nicht mal geschossen. Beruhig dich! Was hab ich dir getan? Mann! Was für ein billiger... Komm, Junge. Trotzdem hasse ich diesen Panzer gefühlt. Lass mich doch... Ich... 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 Will doch nur... Das ist so... Was ist das? Uhhh... Ach so! Das ist Flugabwehr, oder? Ich kenn... Stabil steht da! Stabil... Kinder an die Wand, Russland ist ein blutiges Land. Hohohohohoho, hey, was ist denn da aus? Hey, komm, mir kann doch keiner erzählen, dass so ein 10 Tonnen Panzer ein... Was soll's? Komm, jetzt wieder dieser Baum! Wenn ich jetzt werfe, kritische Schaden, ne, das wird so viel zahlen. Okay, ich höre jetzt auf, wirklich, ich höre auf. Mir ist langweilig. Er ist stabil, stabil. Ja, war ja klar, dass so ein dicker Panzer mich gleich hier nicht macht. Guck dir, diese, wie viel Millimeter sind das? Guck dir das an. Der macht dir alles kaputt. Schau, was das für ein dickes Ding ist. Denn wir haben dann noch zwei, also den kann ich dann noch fahren. Das war's. Wahrscheinlich, das war's. Hey, das ist ein dickes Ding. Du bist ein dickes Ding. hat er gerade leute Hoch, hoch, hoch! Zumindest habe ich jetzt ein QG gemacht. Hoch, 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 hoch! Vielleicht der Pfund da? Bis unten. Warum jetzt? Hey, komm! Ich glaube, die Straße ist sogar besser zum Fahren, oder? Ja, also, komm, halt, kann, wird. Bitte, Bruder. Bitte, Bruder. Warte, komm, lass mich durch. Hey, ich habe doch noch einen Panzer. Hey, die Gäste ist, ist dort. Es drückt. Dann nehme ich schon auf. Ich weiß nicht. 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 Da verdient man doch bestimmt schneller Geld, oder? Ich weiß nicht. 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 Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. irgendwie auch fliegen. Geht deinem Richtschütze ausgeschaltet? Kann ich nicht mehr feuern oder... Oh, der ist aber auch schnell. Altbogen! Hier kommt ein bisschen... Hat das zumindest einen anderen? Ja. 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 Äh, äh... Ist das ein Wasserfahrzeug? Oh, ich hatte... Alle Fahrzeuge kaputt gemacht, denn... Was ist das? Was ist das? Hallo? Schnell zurück Oh Boah! Ich brauch diesen Panzer. Wo bekommt man den Karten? Achso, ich wollte den nach hinten fahren. Ganz weit hinteren. Ich bin hier. 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 Es sagt, dass hier verboten wird. Hüge. Achten. Panzer. Das sind sechs Personen. Das ist so laut. Das ist so laut. hallo leute ja sorry dass die aufnahmen nicht mehr gelaufen hat dann ist es zehn minuten weniger ich habe es jetzt erst gemerkt weil ich habe jetzt gerade erst aufgehört und ja trotzdem wollte ich mich noch entschuldigen die aufnahme eigentlich muss ich entschuldigen mich halt ihr habt ja nur noch so 40 sekunden oder 30 sekunden trotzdem verabschiede ich mich jetzt schon wenn ihr noch kein like oder abo da gelassen habt dann macht das bitte jetzt es dauert noch es dauert es dauert es dauert ihr habt irgendwas verpasst also das war so das waren halt so noch was war das also das war cool aber ihr habt es nicht mit erlebt aber egal ja schon